So, liebe Klasse, wir machen jetzt ein paar Matheaufgaben. Sag mir mal einer bitte, was ist 5 mal 8? Bitte ruft er mich nicht auf, bitte ruft er mich nicht auf. Ähm, Thomas. Ähm, das ist... Das ist, ähm... Hast du vielleicht irgendein Problem? Ja, nein, aber Ihre Unterricht ist einfach nur so langweilig. Wie bitte? Langweilig? Ja, Ihre Matheaufgabe viel ist so einfach, aber diese hier können alle nicken. Ach ja, wenn das so einfach ist, was ist denn die Lösung? Viel sick. Okay, war ein Glückstreffer. Was ist 75 mal 33? 2.400 Neu. Na gut, nicht schlecht, aber wollen wir mal schauen, ob du dich jetzt noch langweilst. Was ist 146 geteilt durch 2 mal 230? Haha, 16.790. Aber wie, wie? Und kommt da noch was? Boah, du verdammter Kleiner. Passt jetzt gut auf. Was ist 6.789 mal 3.456? 23.462.784. Aber woher kannst du so gut rechnen? Haha, ich habe einfach nur Keus live abonniert.